Ich finde es übrigens gut, dass so Größen wie Trimax und andere große namhafte YouTuber und Twitcher hier zu Clash of Clans übergehen und so ein bisschen Werbung auch für die Szenen hier machen. Fand ich sehr sehr nett und damit erst mal willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Be Clash of Clans mit mir, der Lela. Ja, tatsächlich der Lela. Ich habe noch nie, das kann ich euch schwören, also ich schwöre, dass ich noch nie in irgendeinem Spiel, das ist das aller 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 erste Mal, überhaupt, ich sage es mal so, einen weiblichen Charakter gespielt habe. Also auch in meinen Online-Rollenspielen, die ich ja schon Jahrzehnte suchte, habe ich nie irgendeinen weiblichen Charakter gespielt. Ich habe immer männliche Charaktere gespielt, die auch, ich sage mal, einen männlichen Namen hatten. Und Lela ist echt mal mein, ich wollte gerade sagen, meine erste Tussi. Nein, Lela ist wirklich meine, mein erstes weibliches Geschöpf, oder was zumindest so heißt. Hier in Clash of Clans gibt es ja jetzt nicht Männelein, Weiblein, Häuptling, Häuptlinge, Nee, Squaw oder was man da auch immer zu sagt. Keine Ahnung. Aber es ist halt auch ein Free-to-Play-Account. Es ist Free-to-Play-Account. Ihr habt seinen Titel gesehen. In aller Munde. Die sind ja im Moment scheinbar in aller Munde. Das heißt also, da kann ich natürlich, ja, muss ich ja in der Szene mitreden, aber der Account hier ist schon ein paar Tage älter, als dass dieses Projekt da auf Twitch lief, wo ja Free-to-Play-Accounts gemacht wurden und alle Welt dort zugeschaut hat, wie macht der das hier. Ja, ganz, ganz einfach. Ich bin jetzt auch schon wieder maxed. Maxed Rathaus 4 muss noch, ja, Lila Mauer machen, aber meine gehen noch gar nicht bis Lila. Die gehen erst nur bis, bis dunkel-Schwarz oder so, oder überhaupt nur bis Schwarz, ne, kann das sein. Auf Level 4 gehen die, ne, Wall Level 4. Und die gehen jetzt, glaube ich, schon kein mehr höher. Ne, ich kann die schon nicht mehr höher machen. Also können wir erst mal so ein bisschen die Mauern hier machen. Ja, und wie gesagt, es ist ja, was heißt in aller Munde, will ich jetzt nicht sagen, aber es macht unheimlich Laune, immer mal wieder so einen kleinen Account hochzuziehen. Ich meine, auch wenn man es später wegschmeißt, weil man dann vielleicht doch nicht weiterspielt oder so. Ist das jetzt nicht vertane Zeit, will ich mal so sagen. Okay, die gehen nur ein Level hoch. Ich hätte fast gesagt, ich schaffe das in einer Folge, den hier hochzuziehen. Aber man hat natürlich auch Ziele. Also das nächste Rathaus 5, 6, 7 Turnier kommt ganz, ganz bestimmt. Und wenn du da keins hast, dann hast du keins. Also züchten wir uns einen hoch. Natürlich nach aller Free-to-Play-Manie, wie sich das gehört. Und ich kriege aber wirklich alle morgen fertig. Das wäre im Livestream, wäre das schon doof. Ne, ah, okay, nicht ganz alle. So ein paar muss ich noch machen, alles klar. Zwölf Stück. Die schaffen wir in jedem Fall. Town Hall kostet allerdings 150.000 und im Labor habe ich im Moment nichts zu schaffen. Kann ich das mal einmal upgraden? Auch nicht. Also können wir hier ein bisschen was machen. Jeder versucht natürlich erstmal die nächsten Gems hier reinzuholen für den nächsten Bauarbeiter, für den vierten. Das dauert aber ganz schön lange. Ich gucke mal gerade, was ein Bauarbeiter eigentlich kostet. Wenn wir hier aufs Plus klicken. Oh, hier gibt es einen Pack. Okay. Oh, 1.000 Gems. Alles klar. Das wusste ich gar nicht, dass es so ein Bilderpack immer noch gibt. Okay. Dann müssen wir die in jedem Fall abholen. Also die drei Bauarbeiter habe ich natürlich. Und ich habe natürlich auch schon im Nachtdorf angefangen zu spielen. Denn ab Rathaus Level 4 kannst du auch ins Nachtdorf rüber. Kannst ja deine ersten Gems machen. Die ersten Erfolge kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr immer wieder ein Dorf anfangt. Also mit, mit, das ist ja mittlerweile mein xxx das Dorf, was ich hier anfange. Und jedes spiele ich allerdings auch ein bisschen anders. Jeder, jedes spiele ich auch ein bisschen anders. Aber wir wollen dieses auch mal bespielen hier. Im kleinen Dorf, beziehungsweise im echt geliebten, im geliebten Dorf. So will ich es mal sagen. Wir nehmen mal hier, wir nehmen ruhig alle Barbaren rein. Ist egal. Alle Wut-Barbaren hier rein. Vielleicht geht ja jemand noch Richtung Bilderhall. Mal gucken. Also 100% Angriffe, das wisst ihr selber, sind hier nicht unüblich. Aber das wären keine 100%, glaube ich. Da sind ein bisschen zu wenig. Über 45% ein Stern erst. Ah, das ist mal. Okay, zwei Sterne haben wir. Zwei Sterne haben wir mit netten Prozenten. Das muss ich das mal besser machen gegen mein High-End-Dorf. Und, ähm, denn ich habe hier auch noch nicht so viel. Ich müsste eigentlich noch was hier an defensiven Gebäuden rausholen. Ah, ich kann nur noch Mauern machen. Okay. Ich kann nur noch Mauern machen. Die sieht mir aber liegen so ein bisschen zu teuer im Moment. Wir wollen das Labor, glaube ich, ausbauen. Ihr seht, ich habe ja auch noch nichts abgebaut, weil das kostet unheimlich. Oh, ich habe gewonnen. Perfekt. Was hat er gemacht? 40% kein Stern. Alles da. Oh, da waren wir ja schon richtig weit weg. Aber, ähm, ich muss das Labor hier, glaube ich, ausbauen. Oh, okay. Ich muss mal eben in den Herd rein und mein Essen holen. Aber ihr seht, ich habe hier noch nichts ausgebaut oder abgebaut. Das ist mal alles ein bisschen teuer. Die kosten immerhin 500, 500. Und im Moment habe ich natürlich auch keinen Bob frei. Den habe ich jetzt gerade auf das, auf das Ding hier gejagt. 10 Minuten. Oh, den lassen wir mal eben fertig machen. Mal sehen, ob wir überhaupt schon was forschen können. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Und hier greifen wir ohne Kobold an. Äh, kurzer, ich wollte gerade sagen, kurzer Cut, den krieg ich dir nicht mit. Im Millisekunden Cut habe ich nämlich jetzt gegessen und getrunken und äh, sonstiges gemacht. Also wir greifen hier ohne Kobold an. Ähm, danke auch nochmal an die, 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 die das ganze hier unterstützt hätten, sage ich jetzt mal. Denn, äh, natürlich kamen auch im Discord einige auf mich zu, nach dem Motto, ah, Toto kannst du auch mal machen hier so ein, so ein Free-to-Play-Geschichte hier, Only-Clan-Free-to-Play. Ich meine, man kann es überhaupt nicht überprüfen, muss man ganz ehrlich sagen, äh, ob jemand wirklich Free-to-Play spielt oder ob jemand, ähm, die ganze Zeit, ähm, ja doch irgendwo Geld einwirft oder sowas. So, hier machen wir erstmal kurz das Rathaus und dann nehmen wir uns auch die restlichen Ressourcen hier mit, hoffe ich jetzt mal. So ein paar müssen da noch hingehen, jo. Dann gewinnen wir. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir die eine Challenge hier gewinnen. Wir brauchen aber erstmal Gold für unsere Mauern. Und, ja, hier hat man natürlich noch keinen, also ich glaube, ich habe mit dem Account noch nicht einen einzigen Trank. Okay, jetzt kriegen wir noch das letzte, das letzte Elex hier rein. Da haben wir immerhin zwei Mauern gewonnen und gewonnen. Ja, zwei Mauern. Oh, und wir haben nochmal 80.000 hier reingekriegt. Dann haben wir hier auch nochmal 80.000 jetzt drin. Da können wir nochmal ein bisschen was von machen. Würde ich sagen, ja, ich habe, man hat hier noch keine, noch keine Schnellausbildung. Das heißt, man muss immer von Hand erstmal nachmachen. Und kann jetzt hier nochmal ein paar Mauern machen. Man kann hier ruhig anhaken. Ja, macht eh nur so viele Mauern, wie tatsächlich noch gehen könnten. Und macht jetzt keine einzige Mauer irgendwie mehr. So, die können wir, glaube ich, auch noch einupdaten. Gucken wir mal, ob wir noch hinkommen. No, ich glaube nicht. Ja, wir kommen nicht mehr hin. Shit, shit. Na, ist nicht so schlimm. Wir haben auch noch eine Armee hier im Petto, mit der wir nochmal suchen können. Ich habe übrigens für das erste Gold tatsächlich die Practice-Sachen hier gemacht. Das seht ihr, die beiden kann man machen. Denn das war gut verdientes, schnelles Gold, weil ich jetzt in diesem, und Elex, weil ich ja natürlich in diesem Account jetzt nur alle Jubeljahre war. Ich habe mir jetzt wieder eine enges Geduld gelassen, um hier die Mien- und Sammler-Kasernen alle Stück für Stück hier mit drei Bauarbeitern hochzumachen. Das geht wirklich, das geht wirklich, man muss es schon sagen, das geht wirklich unheimlich schnell. Ich habe natürlich jetzt keinen einzigen Genre ausgegeben. Ich habe eher welche bekommen. Pass dauert noch bis Rathaus Level 7 und auch hier der windige Händler ist erst ab Town Hall Level 8 da. Das heißt, man muss sich schon was einfallen lassen, um jetzt hier überhaupt mal so ein Item zu kriegen. Es sei denn, es werden hier Events gespielt, wo du dir irgendwas spenden lassen kannst. Aber ich habe mit der Lela hier auch noch keinen Clan. Vielleicht machen wir einen Clan. Weiß ich nicht. Toto, FTP oder so. Aber das sieht dann immer, ich habe denjenigen oder den, es waren mehrere, auch gesagt im Discord, das sieht dann so aus wie so eine Trimax-Nachmache oder sowas. Weil plötzlich dieser Hype da ist. Weiß ich nicht, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ist das wirklich so? Hat Clash of Clans dadurch jetzt mehr Zulauf oder ist das eher Zufall? Dass jetzt einige auch wieder, ich sage mal, so Klein-Content spielen, neue Dörfer. Und weil es in den großen Dörfern ja doch sehr, sehr schleppend vorangeht, was dann vor allen Dingen die Bauzeiten angeht. Hier ist so ein Rathaus Sechstorf, sage ich mal, wirklich, wirklich ultra schnell fertig. Und dann kann man mal, man kann ja schon mit vier hier in die Clan-Kriege rein. Allerdings finde ich auch keinen Clan mit den wenigen Trophäen. Die meisten haben jetzt leider schon ein bisschen mehr Trophäen dort. Und ich muss mal gucken. Könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, ob sich sowas lohnt oder nicht, jetzt auf meinem Kanal hier. Und dann, ich lasse mal eben noch die Kobolde bauen tatsächlich. Dann können wir noch zwei Angriffe hier nachschieben. Okay, ich habe die Suche mal übersprungen. Und genauso welche nehme ich natürlich super, super gerne mit. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, ob die hier auch, ah, die gehen da durch. Okay, die gehen da durch zu den Minen und Sammlern. Denn die Goldsammler hier sind rappelvoll. Und, oh, da machen wir das immer ganz gerne. Die gehen natürlich erst mal da drauf. Man muss mal sehen, wo man die setzt, was die als erstes so anpeilen. Minenwerfer tun meinen Kleinen natürlich ziemlich weh. Aber den haben wir jetzt schon praktisch fast auf Null. Okay, noch nicht ganz auf Null. Ich höre hier mal auf, dann müssen die nicht ganz so lange machen. Da war jetzt noch ein bisschen was in der Klarenbucht drin. Das ist alles nicht so schlimm. Auch wenn ich jetzt nicht hier gewinne. Ich muss hier nicht unbedingt gewinnen. Im Moment, Train Troops. Und versuche jetzt nur, das Gold so ein bisschen schneller voll zu kriegen. Und die nächsten 80 sind ja auch schon wieder fertig. Sind ja auch schon wieder fertig. Das geht hier wirklich ratzifatzi. Ich glaube, den Account habe ich auch noch gar nicht in den Livestreams bespielt. Könnte ich ja mal machen, so ein bisschen, so ein Stündchen hier. Lela, demnächst haben wir ein bisschen mehr zu tun. Und dann müssen wir ja natürlich noch ein bisschen mehr fahren, als dass wir das jetzt eben mal machen. Oh, ich habe auch noch die weißen Wolken an. Ich mache ja mal schwarz. Oh, oh, 48.000. Ich hoffe nicht, dass ihr irgendwann in der Klarenburg hat, irgendwie so ein Ballon oder so. Ein Ballon wäre immer ein bisschen störend. Und die können eigentlich jetzt da hinten rumlaufen. Da kommt, glaube ich, kein Minenwerfer dran. Der hat auch nur einen Minenwerfer. Das heißt, wir können das hier eigentlich ganz locker weg snacken. Also die 40, ja 48, das passt schon. Mehr brauche ich hier gar nicht setzen, Leute. Mehr brauche ich hier echt nicht setzen. Und jetzt haben wir schon 136.000. Ich würde sagen, wir fahren so lange, bis wir die 150.000 für, ja, das brauchen wir nicht mehr, die 150.000 für die nächste Rathausstufe haben. Denn das dauert auch nur 12 Stunden. Das heißt, ich kann auch gleich morgen hier mit dem Account eigentlich ganz, ganz locker wieder weitermachen. Und, oh, das brauchen wir 13.000. Das ist eigentlich locker zu holen. Ihr werdet auch sehen. Also wenn ihr so einen kleinen Account anfangt hier, free to play. Oh, ich sehe gerade, die Folge geht schon wieder länger als 10 Minuten. Verdammt. Aber demjenigen, der mir gestern auf den Kommentar geschrieben hat, er findet 15 Minuten Folgen viel zu lang. Dem kann ich nur sagen, einfach nicht einschalten oder weggucken oder was auch immer. Oder skippen. Dann ist nicht so lang. Allerdings finde ich, ich meine, manchmal gerade bei den CK-Folgen, ein Angriff dauert da drei Minuten. Und dann sind wir ehrlich, in so einer 10-Minuten-Folge mit so ein bisschen Gequatsche, da passt auch nicht so wirklich viel rein. Da ist die Story nicht erzählt. Ich habe ja immer einen kleinen Plan. Was will sie eigentlich machen? Und das mache ich dann zu Ende in der Folge. Und dann werden die schon mal ein bisschen länger als 10 Minuten. Denn irgendwo mittendrin abbrechen, da habe ich dann auch keine Lust zu. Und die Story ist noch nicht erzählt. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen blöder. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, sie gehen halt dann manchmal länger als 10 Minuten. Ist so. Was soll ich machen? Ist halt so. Okay, 45, das passt. Da haben wir jetzt schon mal die 16, 152.000. Ah, haben wir schon mal drin. Ich mache mir die Lage jetzt in jedem Fall heute noch voll. Ah, Quick-Train geht immer noch nicht. Okay, Quick-Train geht immer noch nicht. Ich bin es in Elex ausgeben, geht aber. Und die 150.000 hier, die machen wir. Aber was kriegen wir dazu? Wir kriegen einen Min. Ne, ein Wizard Tower dazu. Also ein Marget Tower. Wir kriegen die dunkle Zauberfabrik. Ne, wir kriegen erstmal... Ach, die sieht nur so aus wie die dunkle. Es ist die normale Zauberfabrik. Die wird ja später erst anders farbig. Dann kriegen wir schon mal Luftminen. Armeelager, ganz, ganz wichtig. Hauen wir gleich zu Anfang raus. Und ein bisschen Defense hier, neue Mauern. Wunderbar, passt. Zwölf Stunden läuft das Ding hier. Und ja, ist so ein bisschen... Es ist ein Free-to-Play-Account. Ich kann euch sagen, alle meine Accounts außer Thorsten und Avatar sind von mir Free-to-Play-Accounts. Also nur der Ratos 13 ist eigentlich auch, in dem ich tatsächlich reingepayt habe. Der 12er nur mit Pass. Der ist auch absolut Free-to-Play, nur mit Pass. Und dementsprechend wird dieses auch wieder ein Free-to-Play-Accounts sein. Also Lela FTP werde ich mich jetzt noch nicht umbenennen, glaube ich. Ob das Ganze hier Sinn macht, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ist cool, Toto. Lass es lieber oder was auch immer. Vielleicht machen wir doch so eine Free-to-Play-Geschichte hier auf. Keine Ahnung. Für kleinere Rathäuser. Also erstmal Rathaus Level 5 werden. Dann Rathaus Level 6. Geht ja recht zügig. Und dann sehen wir hier weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es länger als 10 Minuten geworden ist. Und dann sehen wir uns sicher heute Abend im Livestream auf Twitch.TV. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt kurz einmal hier im Video. Bis dahin. Euer Toto. Clashed. weiter. Bis dahin.